Der neue Trend Rock'n'Roll Slots Zu Beginn des Jahres startete der Software-Gigant NetEnt mit seiner Rocks-Trilogie. Den Anfang machte im Jänner der Guns N' Roses Slot. Es war der erfolgreichste Start in der NetEnt-Geschichte. Hier ist es gelungen, das Thema Rockmusik mit viel Fingerspitzengefühl auf den Monitor zu bringen. Das Slot-Game glänzt durch wunderbare Soundeffekte und Originalaufnahmen von Guns N' Roses. Die Animationen zeigen die Mitglieder der Band. Die Symbole in dem Spiel bewegen sich glatt und rocken hart. Es ist ein 5-Walzen-25-Gewinn-Linien-Slot mit mehreren Bonus-Features und spannenden Wilds wie die Appetite for Destruction Wild, die eine Kreuzform auf den Walzen bildet und deine Gewinne deutlich steigert. Es gibt viele verschiedene Gewinnchancen und spannende Add-Ons und Features. Das Spiel wird immer wieder von Original-Sounds untermalt. Alle Slot-Spieler werden dieses Spiel lieben. Im April wurde mit dem Jimi Hendrix Slot das zweite Spiel der NetEnt-Rocks-Trilogie vorgestellt. Eine passende und authentische Hommage an den Musiker Hendrix, der Gitarre-Gottes. Er zeigt detailreiche, bunte 3D-Grafiken, die von der historischen Ära inspiriert wurden. Der unverkennbare True-to-Life-Charakter von Jimi Hendrix wurde mit 10 verschiedenen Morph-Zielen entwickelt und daraus wurden hunderte von einzigartigen Gesichtsausdrücken geschafft. Wenn du den Jimi Hendrix Slot spielst, stelle die Lautstärke auf das Maximum, denn 5 seiner bekanntesten Songs wie Fox Lady, Purple Haze, Crosstown Traffic und Little Wing gibt es zu hören. Die authentische Hommage an Jimi Hendrix. Abgeschlossen wird die Trilogie mit dem Motorhead-Slot, der am 22. September veröffentlicht werden soll. Auf Casinos Vegas kannst du diese Spiele gratis und ohne Anmeldung testen.